Moin Moin, herzlich willkommen wieder mal hier auf meinem Channel. Bevor wir starten, ihr kennt das Spielchen, unterstützt einen Queller. Mit Impact 82 würde ich mich freuen, wenn ihr mich kostenlos supportet. Auch mal ein Like und Abo da lassen. Ansonsten würde ich sagen, starten wir. Muskelkater ist auch zurück, jawohl, für 1200. Mal gucken, was sie sonst noch getan hat. Mich ahn, das aber Böses. So, hier hat sich nichts getan. Brauchen wir nicht alles durchkauen. Böse, Wichter, Alan Wake. Hier ist nichts passiert. Magenzeichen Stil. Minimal, wirklich auch minimal ausgetauscht. Shifu zum Kerzen. Künstlerin. Ah, Sloane ist auch wieder zurück. Guck an, guck an. Kennt man ja auch noch. Rülpser. Okay. Witzig. So, Synchrony Mode. Kann man die Tage neu mit rein. Schneid, Velocity. Grabräuber als Paket. Die kennt man ja auch noch. Ja. Ja, wie gesagt, ohne Worte. Ja, die geht noch. Die kann man noch spielen. Ansonsten ist nichts Tolles passiert. KLG noch bis November. Gemsongs. Okay. McLaren haben wir ja schon. Sonderangebote, Pakete. Auch hier hat sich nichts getan. Nö. Aber ihr habt schon gemerkt, ne. Ohne Worte oder beziehungsweise wenig Worte heute. Ne, wenn wir kurz durchgehen. Es ist wirklich nicht viel passiert. So gut wie gar nicht. Gut, ansonsten würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr beim nächsten Eintracht wieder dabei seid. Ne, heute Abend geht es wie gewohnt weiter mit Folly Night Live on Stage. Das war's. Bin raus. Macht noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Ciao. Auf Wiedersehen.